an den Chat mal. Ich bin da jetzt nicht mehr sicher. Warte, ich muss mal kurz meine Katze hier rauslassen. Die heult hier rum. Okay, jetzt muss sie rumheulen. Sie sind jetzt ins Spiel reingegangen. Jetzt beginnt nämlich das Spiel und wir gehen hier ins volle Gameplay. Also, Equality 05 gegen Boltzplatz Kicker. Das nächste Match. Ich freu mir. Aber so wie es ausgeht. Nein, geht nicht, Guffinho. Alles klar. Vielen Dank für die Info. Das wäre nämlich interessant. Ah, okay. Das war für dich. Ich dachte gerade, die Partie geht nicht. Alles gut. Okay, hier war der Ton, den habe ich schlecht gemacht. Und da geht es los. Der Ton ist sogar hier in HD, alter Vater. Ich gucke mir, richtig war es rum. Boltzplatz Kicker von links nach rechts in dunkelblau und Equality in blau-orange von rechts nach links. Da hätten sie sich vielleicht mal an den Trikots auch ein bisschen orientieren können. Aber dunkelblau, hellblau geht. Boltzplatz Kicker direkt mal auf den Ball. Nach vorne! Der Abschluss! An den Fosteln! Hier geht es auch direkt knackig zur Seite vor... äh, zur Seite. Zur Sache! Von Anfang an. Und Equality jetzt hier. Mafia Player. Reflexi. Spielaufbau. Ballverlust. Immer noch. Boltzplatz Kicker am Ball. Bring ein bisschen Ruhe ins Spiel. Sehr gut gemacht. Kommt hier. Amadeu über die Außen. In der Mitte. Schöne Kombination. Gefällt mir hier sehr gut gerade bei den Boltzplatz Kickern in den ersten Minuten. Wieder sehr gut gemacht. Zelle HSV. Diego versucht in den Strafraum zu kommen. Klappt nicht. Und jetzt die Möglichkeit zu kontern. Aber Jeff ist dazwischen. Diego nochmal. Wieder Diego. Treibt den Ball. aber Michio dazwischen. Und Bloody muss jetzt hier erstmal den Ball halten, weil nix mitkommt. Wieder Diego am Ball. Leitet ihn hier weiter auf Eriks. Äh, X. Der Abschluss, bis ich den Namen ausgesprochen habe, ist der nächste schon wieder dran. Da muss ich mir was ausdenken bei den schwer auszusprechenden Namen. Äh, da muss ich mir irgendwie einen Trick überlegen. Wir müssen einfach hier Nick ändern. Also wäre ich für. Ja, genau. Oh, schöne Eckballvariante. Kommt an. Nochmal in die Mitte von FIFA. Die kommt nicht an. Jetzt die Möglichkeit hier für Besen zu kontern. Like Music. Gute Kombinationen. Crowd. Passt auf. Nein, Daniel nochmal dazwischen. Daniel ist irgendwo. Dann ist er drinnen. Equality mit dem ersten Konter. 15. Spielminute. 0 zu 1. So kann es gehen. Man beackert den Gegner und plötzlich kriegt man das Gegentor. Und da werden sich die Beutzplatzkicker Vorwürfe machen müssen. In der Innenverteidigung. Dass sie dort nicht gut aufgepasst haben. Aber auch in der Offensive werde man hier durchaus vielleicht mal einen Treffer machen können, wenn man sauber ausspielt. Mal komplett sicher gespielt. Schöne Kombinationen. Dann ist Michio dazwischen. Und Equality jetzt hier mit Flexi. Ball verlost. Flexi wieder da. Lang raus. Ball landet im Aus. Naik trägt den Ball. Bringt ihn hier nochmal auf die Außen. Auf Boo. Goat versucht den Ball in die Spitze zu kriegen. Aber Besen dazwischen. Michio stoppt nochmal. Macht er richtig gut. Ball in die Spitze. Nein, auf die andere Seite kommt er hier. Like Music ist wieder dran. Vorbei. Der Abschluss. Nochmal der Abschluss. Diesmal ist Illusion da am Ball. Und wieder kann es scheint als hätte der Treffer Bolzplatzkicker hier in den kleinen Schockzustand versetzt. Sehr gut gestartet. Eine Viertelstunde Astra in Fußball gespielt. Und nach dem 1 zu 0 verlieren sie hier so ein bisschen an Substanz. Der Ball in die Mitte. Nyström dazwischen. Also jetzt müssen sie aufpassen, dass Equality ihnen nicht gleich den Zweiten hinterherhängt. Daniel treibt den Ball. Wird gefoult. Freistoßsituation. Mafia-Player mit der Möglichkeit den Ball hier vielleicht mal aufs Tor zu bringen. So. Gute Variante. Aber da ist jemand ein wenig zu klein. Sehr lange raus. Klärt. Seitenwechsel. Da muss er aufpassen, dass sie den behalten. Und Mafia-Player dazwischen. Jo über die Außen. Jetzt sehr schöne Kombination. Hier bringen Ruhe rein. Diego Riebers geht drauf, kommt aber nicht an den Ball. Bin erstmal direkt wieder durch die Verteidigung angeschoben. Jetzt die Möglichkeit. Jeff im Mittelfeld am Ball. Bringt ihn auf die Außen. Kommt nicht an. Der Ball landet im Außen. Equality mit der Möglichkeit hier mit dem Einwurf wieder direkt Spielaufbau zu betreiben. Hier den Einwurf. Holzplatzkicker. Gut aufgepasst von Diego. Ball in die Mitte. Zelle. Und dann Bu mit der Möglichkeit abzuschließen. Aber sehr, sehr gut verteidigt. Sehr schnell dazwischen. Wieder der Seitenwechsel auf die linke Seite. Meister da. Zelle Sonnen. Diego Riebers wird abgelaufen. Und Dengi kann hier klären. Okay. Zelle Sonnen. Gute Möglichkeit. Nochmal Amidi. Schöne Schussantäuschung. Versucht es mit dem R2L2-Dribbling. Aber sehr gut aufgepasst von Dengi hier. Nochmal die Möglichkeit. Buu. Schön aufgelegt auf Diego. Der mit dem Abschluss. Aber starke Gritsche von Flexi. und dann gibt es hier erneut einen Wurf für die Bolzplatzkicker, die langsam wieder zum Spiel zu ihrem Spiel finden. Und Light Music sehr gut dazwischen. Seitenwechsel. Kommt nicht an. Buu. Weiter auf Diego. Diego. Der kann den Ball wieder nicht kontrollieren. Versucht die. Schwerer Ballverlust. Hier jetzt Möglichkeit für Quality. Michio treibt den Ball. Wird vom eigenen Mann gestört. Daniel kommt nochmal dran. Aber auch hier unsauber. Nicht drüben dazwischen. Crode sucht hier. Buu. Kommt nicht an. Gibt einen Wurf für Quality. Drei Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit werden angezeigt. Und dann gibt es hier das Foulspiel. Da sehen wir es gerade bei Ballspot Clickers. Die konnten nicht alle Spieler rausziehen, weil der eine Innenverteidiger mit der 26 wertlich von ihnen gesteuert. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er von Anfang an nicht drin war oder ob einer rausgeflogen ist. Ah, okay. Ja, sehr interessant. Das kann natürlich durchaus auch ein Problem sein, gerade bei dem Gegentor, dass die CPU nicht so mitmacht, wie man gerne möchte. Also momentan muss man sagen, Holzplatzkicker hier kommen langsam wieder ins Spiel. Equality ist trotzdem noch spielbestimmend seit der 15. Minute. seit eben dem 1 zu 0. Aber das Spiel ist noch lang, 45 Minuten, da kann noch ganz viel passieren. Bis hierhin muss man auch sagen, das ist recht ausgeglichen. Wie gesagt, 1 zu 0 gefallen, danach sind die Platz Kicker etwas der Start gewesen. Equality konnte ihr Spiel sehr gut aufbauen, danach kamen die Holzplatzkicker langsam wieder ins Spiel, hatten ihre Chancen, wurden immer im letzten Moment noch mal geblockt von Equality. Und so gehen wir in die zweite Halbzeit und können gespannt sein. Amadee hier mit dem Ball gewinnen, Nystrom gut aufgebaut, Crowd, Amadee, Nystrom, noch mal Crowd, also jetzt wird hier sehr sicher aufgebaut, Jeff mit dem Seitenwechsel, kommt nicht an, der ist zu lang, ist nicht so, der ist lang. So, mit den Einwurf, Wolkenplatz, Kickerrücken, sehr weit auf, gehen direkt auch beim Einwurf hier, die Eins-gegen-eins Situation, Michio mit dem langen Einwurf, raus, Celizon kommt dazwischen, Diego, guter Pass auf Amadee, der Abschluss, Camille kann nur klatschen lassen, noch mal der Ball in die Mitte, aufgepasst, hätte ein Foul gegeben, Dengui treibt, Dengui richtigen Ball hier auf Daniel, sehr gut, Bladdy erneut auf Daniel und jetzt ist das richtig gut gespielt, aber in letzter Sekunde noch mal geklärt und das war eine starke Kombination, ein richtig guter Konter, jetzt mal die Bolzplatzkicker, Diego Ribas, sehr gut gesehen, Bu, Bu, noch mal Diego Ribas, die Grätsche, Ast rein und immer wieder diese Situation, die Bolzplatzkicker spielen sich in den Strafraum und dann kommt Equality noch mal rein und holt sich da den Ball, Atomics, Illusionix, weit raus, Mafia-Player Michio wieder über die Außen, starke Grätsche von Nike und Bu, da holt sich hier den Ball, der lange Ball in die Mitte, unsauber, Amade trotzdem den Ball wiederbekommen, Selezon nimmt Amade wieder mit, der bricht komplett ab, macht da richtig, Nystrom, die versucht die, Jeff und dann kann Equality sich befreien, Live Music mit einem Fehlpass, wieder Amade wird direkt gedoppelt, Equality erarbeitet sich hier den Ball, Crow dazwischen, 60 Minuten gespielt, das Spiel gefällt mir sehr gut, ist ein sehr hohes Niveau, sehr schöne Kombinationen von beiden Mannschaften, langer Einwurf, stark behauptet, Like Music schließt ab, Crow dazwischen, Eckball, also jetzt wird das Spiel hier richtig interessant, Equality als auch Bolzplatzkicker hier mit sehr, sehr guten Aktionen nach vorne und auch die Verteidiger hier mit astreinen Tacklings in letzter Minute, oder oder da kloppen sie sich gegenseitig um und Flex profitiert 0 zu 2 Eckballtor, das würde ich gerne nochmal sehen, hier hauen sie sich noch um und dann steht Flex dort, als wäre es einstudiert gewesen, 0 zu 2 und damit macht Equality hier das zweite Tor, also sehr, sehr bitter natürlich auch für Bolzplatzkicker, die hier auch ein super Spiel machen, allerdings hat hier Equality das quäntchen Glück auf ihrer Seite, das erste Tor etwas durchgestochert und das zweite Tor, die Ecke, Flex profitiert einfach davon, dass die beiden sich umhauen, wieder ein Durcheinander muss man dazu sagen, aber auch stark hier, wie gesagt, von beiden Seiten, es ist kein ungerechtfertigtes Ergebnis, könnte durchaus auch 2-2 stehen, Möglichkeiten sind auf beiden Seiten, da Equality kaltschnäuziger und ein bisschen mehr, das Glück steckt direkt wieder durch der Abschluss, nicht gut, kein Problem hier für Illusionist oder wie er heißt, muss ich noch mal bei Kamel, ich wollte gerade sagen, guter Spielaufbau, aber der hat er nicht gesehen, dass Amadei da ist und jetzt scheint es ein bisschen am Kräfteverhältnis hier sich was getan zu haben, Selezon immer nach einem Tor ist Bolz Platz Kicker, schöner Abschluss und nochmal die Möglichkeit über die Ecke, ich wollte gerade sagen, Bolz Platz Kicker ein wenig perplex wieder, dann kommen sie, melden sie sich mit so einem Abschluss zurück, Ecken 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 Variante ein Einstudio sein, aber Equality passt diesmal auch ganz hinten auf, da kommt er trotzdem, Kopfball nochmal in die Mitte, ein wenig durcheinander, aber auch sicher geklärt hier von Equality, 76. Spielminute und jetzt ist Bloody wieder frei durch und etwas zu überhastet hier der Abschluss, hätte man durchaus noch ein paar Schritte machen können, macht er in dem Fall nicht und so bleibt es hier beim 0 zu 2, wenn die Bolz Platz Kicker hier noch was mitnehmen möchten, sollten sie offensiver werden, Flexi hier abgefangen, gibt natürlich jetzt mehr Räume auch für Quality, hier über Daniel kommen, stark gemacht, schön gehalten, Live Music in die Mitte, Torwart passt auf, wirft lang raus, sehr gut gemacht, aber die ist da, nimmt den gut an, wird weiter geleitet, Celedson, wieder Amadi, also die rechte Seite vom Bolz Platz, Kicker, starke Seite, Equality dazwischen, Katze halt durch, 10 virtuelle Spielminuten noch, dann lasse ich instanz, Celedson, die Tieg Riebash, schönes Dribbling, Tieg Riebash mit im Abschluss, knapp übers Tor, gute Situation, leider kein Treffer, 85. Spielminute mittlerweile, und Equality scheint das hier souverän runterspielen zu wollen, lassen die Defensive nicht mehr viel anbrennen, Celedson, Riesem passt auf, Bloody Daniel, sehr gut von Crote dazwischen, jetzt mal die Möglichkeit, Flexi passt wieder sehr gut auf, da gibt's das Foul, Jeff führt schnell aus, FIFA sucht die, Celedson, Amadei, nochmal Celedson, müssen die also komplett abbrechen, Equality mit fast allem Mann hinten drin, Möglichkeit Crote, der Innenverteidiger schon da, Dengui und dann ist Abseits, er hat sich schön da drin, er hat erstmal auf jeden Fall gewartet, vielleicht kommt noch ein anderer dran, aber dann wird er angeschossen, dann gibt's einen Abseits, ja genau, dann gibt's Abseits und Equality kann hier wieder aufbauen, aber ein Fehler, Jeff versucht auf der anderen Seite zu finden, Crote erneut dazwischen, also hier wird nochmal alles nach vorne geworfen, ihr merkt, Bolzplatz, Kicker will hier nochmal, den Giamadei nochmal dazwischen, vier Minuten Nachspielzeit wird angezeigt, also hier müsste jetzt schon ein FIFA-Wunder passieren, als das hier noch was anbrennt, zu lang raus, vier Minuten, das müsste gleich auch schon den Abpfiff geben und es gibt hier den Abpfiff und Equality gewinnt hier mit 2 zu 0 ein richtig, richtig gutes Spiel hier, muss hier einmal die Änderungen vornehmen und zwar sehen wir gleich als nächstes Rote Teufel gegen Allstars und dann wechseln wir die Partie ist jetzt auch schon losgegangen, also schnell rüber switchen und dann das Vielen Dank.